Das ist Teil 2 der Videoserie von der PSD Bank Nord in Auftrag gegebenen Studie. Dabei ging es um eine Umfrage zum Immobilienkaufen, was den Deutschen da gerade in Corona-Zeiten wichtig ist. Heute wollen wir uns mal das Thema Transparenz angucken. Es geht ja darum, im ersten Teil die Zinsen, die will jeder so günstig wie möglich haben. Aber ein günstiger Zins alleine ist ja nicht das komplette Angebot. Es können weitere Kosten dazukommen, die man auch auf der Uhr haben muss, um zwei oder mehr Angebote miteinander vergleichen zu können. Das wollen wir uns mal in Kürze angucken. Da habe ich hier mal eine Folie vorbereitet, wobei die Konditionen sind jetzt natürlich nicht aktuell. Die Folie ist mehr oder weniger zeitlos. Es geht mehr um den Vergleich der verschiedenen Zinssätze und der Kosten, die gleich noch kommen. Und wenn man so jetzt die verschiedenen Banken, also hier Bank A, Bank B und Bank C miteinander vergleicht und jetzt nur auf den Effektivzinssatz schaut, dann könnte man meinen, dass hier die Bank C das günstigste Angebot hat. Wenn man da aber mal genauer hinguckt, dann kommen noch weitere Kosten dazu, die man auch auf jeden Fall auf der Uhr haben sollte. Das geht los bei Schätzkosten zum Beispiel. Meistens sind das Sparkassen, die noch Schätzkosten in Rechnung stellen und muss man auf jeden Fall gucken, wie hoch die sind. Dann, auch gerade bei Neubau sehr wichtig, ist das Thema Bereitstellungszinsen. So, dass die Bank nicht nur die normalen Zinsen in Rechnung stellt, das tut sie für das Geld, was sie auszahlt, sondern wenn sie länger oder in einem längeren Zeitraum das Geld nicht abrufen können, weil der Kaufpreis im Kaufvertrag nicht fällig wird oder beim Neubau eben, es länger dauert bis Baugenehmigung und der Bau erstmal losgeht, dann will eine Bank ab einem gewissen Zeitpunkt Bereitstellungszinsen haben auf den Teil des Darlehens, der noch nicht ausgezahlt wurde. Liegt in der Regel zwischen 1,8 und 3 Prozent im Jahr. Muss man sich auch dann halt genau angucken, wie die eigene Situation aussieht, um dann die Kosten einschätzen zu können. Ist meistens nur eine Kostenschätzung möglich, weil man nie so genau weiß, was jetzt alles da noch während der so einer Neubauphase alles passiert. Dann gibt es so etwas wie Teilauszahlungszuschläge. Das gibt es meistens bei Hypothekenbanken. Die haben einen festen Auszahlungsmodus, muss man sich ganz genau angucken, wie der ist und ob der halt zu den eigenen Anforderungen passt. Meist auch, wenn man jetzt bei einem Bauträger was kauft oder neu baut, dann kann das ein Punkt sein. Der nächste Punkt hier, Kontoführungsgebühren, ist meist was, wo man bei auch wieder Sparkassen oder auch bei Bausparkassen darauf achten muss, wie hoch diese Kontoführungsgebühren dann sind. Da kommen dann auch nochmal immer ein paar Euros dazu. Und der letzte Punkt hier ist, in der Regel eher zu vernachlässigen, wenn eine Restschulversicherung enthalten sein muss. Das ist nur so, wenn die Bank diese Restschulversicherung für die Daranzusage fordert. Das bleibt natürlich eben freigestellt, eine Restschulversicherung abzuschließen. Und das ist auch immer mit Kosten verursacht. Da werde ich aber an anderer Stelle nochmal ein separates Video zu machen. Genau, und dann kommt eben jetzt hier unterm Strich dann nachher wieder ein ganz anderer Effektivzinsatz raus, wenn man die jetzt gegenüberstellt. Dann ist halt jetzt mit den ganzen Kosten, die da noch anfallen, dann eben die Bank C dann auf einmal das schlechteste Angebot. Und so ist halt der Punkt, dass man sich die Kosten, die nebenher anfallen, dann auch noch ganz genau angucken sollte. Und der letzte Punkt, der noch hier drunter steht, ist der Punkt Sondertilgung. Dieser Punkt, oder die Tatsache, ob Sie Sondertilgung machen oder nicht, hat einen ganz erheblichen Einfluss darauf, wie viel Zinsen Sie über die Gesamtlaufzeit unter dem Strich bezahlen. Blöde dabei ist, diese Sondertilgungsoption wird nicht im Effektivzinssatz erfasst, ist auch technisch gar nicht möglich, hat aber einen riesen Einfluss darauf, wie hoch Ihre Gesamtkosten sind. Auch da muss man aufpassen, weil teilweise die Banken meist über 5% des Dahlsbetrages dann noch einen Zinsaufschlag verlangen, wenn sie Sondertilgung machen wollen, die dann höher als 5% liegen. Meistens sind, in den meisten Angeboten sind 5% Sondertilgung ganz normal, können Sie automatisch machen. Zu dem gesamten Thema Immobilienfinanzierung hat die Finanztest, beziehungsweise Stiftung Warentest auch vor kurzem noch einen neuen Report rausgebracht. Ich verlinke ihn auch hier auf meiner Internetseite. Da können Sie das nochmal nachlesen. Da finden Sie auch die anderen Videos zu der Studie der PSD-Bank Nord. Und ja, da erfahren Sie dann weiteres. Und dann würde ich mich für heute freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch da lassen. Und genau, kommen Sie immer mal wieder vorbei. Es gibt immer wieder neue Videos zu diesen und anderen Themen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.